Auch in diesem Jahr präsentiert der Schlosshof Döben wieder ein eigenes Theaterprojekt, zum ersten Mal als Martinet und in einem Dreierpack von Theater, Kartoffelsuppe und Liedermacherkonzert. Eingeladen wird am Sonntag, dem 8. Oktober um 11.30 Uhr. Eisbär ist ein lustiges Drama vom Döbener Hausautor Markus Gille, der sein wundersames Werk mit der Live-Improvisation des israelischen Jazzpianisten Ido Spack vorträgt, unterstützt von einem Sprechchor nach antikem Vorbild. Tim von Vee ist ein bekannter Leipziger Künstler, der mit seiner Kunst das Schloss Moritzburg in Zeitz großflächig ausgestaltet hat. Er schreibt und komponiert auch Lieder, die er zum ersten Mal auf dem Schlosshof vorführt. Das Theaterstück ist nicht für Kinder geeignet.